Dein Ernst, Alter, neunzigste... Ich hab meinen Text vergessen. Du hast den Text nochmal. Ja, klar, ich mein... Ja, na klar, freu ich mich über nen Einsatz heute. Ich mein, hier ist immer was besonderes hier zu spielen. Ich mein, ach, jetzt hab ich mein gesagt. Scheiße. Alter, wie komm ich wenigstens nen... Ja, natürlich, freu ich mich über nen Einsatz heute. Ich bin überglücklich, he?